Hallo Jürgen, wie geht es Ihnen? Bei Ihnen ist es aber ganz schön laut. Leider feiern wir, dass ein Mensch sehr viel gelungen hat. Bitte. Ja, guten Tag. Sprechen wir Kontraubetreuer in deiner Wagner. Es geht um Allend. Ja? Okay, ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch gleich wieder zwei Abzocker mitgebracht. Beide nicht besonders helle und beide von mir aufgeklärt. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Hallo Jürgen, wie geht es Ihnen? Bei Ihnen ist es aber ganz schön laut. Leider feiern wir, dass ein Mensch sehr viel gelungen hat. Leider feiern wir, dass ein Mensch ganz viel Geld gewonnen hat, natürlich. Er meinte wohl, dass jemand ganz viel Geld verloren hat und dass jemand dumm genug war, in dieser Firma sein Geld einzuzahlen. Einen anderen Grund, warum die da im Hintergrund feiern und warum das da so laut ist, den gibt es auf jeden Fall nicht. Denn die Betrüger, die haben da leider so ein Glöckchen und jedes Mal, wenn sie 250 Euro oder mehr erbeutet haben, dann klingeln die das Glöckchen und der Rest im Callcenter klatscht ganz laut und eine Riesenpartywelle bricht aus. Ich weiß nicht, was ich ekelhafter finde, das Glöckchen selbst oder die Partystimmung danach. Es ist auf jeden Fall Betrug und die feiern sich dafür. Und das ist schon echt richtig perfide, wenn man dann solche erfolgreichen Abzockversuche ja auch noch mit einer riesengroßen Party jedes Mal belohnt und alle einen auch noch beklatschen und bejubeln. Ich rufe Sie, weil Sie haben sich ein Tagesgeldkonto interessiert. Wie Konto? Tagesgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto? Genau. Aha, okay. Haben Sie schon solches Erfahrung in zesetzliches Einkommen? Wie, wie, verstehe ich nicht. Tagesgeldkonto? Genau, erfahren. Äh, weiß ich nicht. Also, hä? Ich weiß nicht, ob das eine neue Masche sein soll, aber der Typ hier spricht ja offenbar von einem Tagesgeldkonto. Und was ein Tagesgeldkonto ist, ich gehe mal davon aus, dass die meisten das wissen werden, das könnt ihr bei eurer Bank eröffnen, also bei der ganz normalen Hausbank, die ihr habt. Es ist sowas wie ein Sparkonto, wo man in der Regel so mindestens 500 Euro draufhaben muss, damit es sich lohnt. Dann kriegt man da wenigstens noch die 0, irgendwas Zinsen. Ja, also auch nicht mehr so besonders üppig und toll. Ja, und der fängt hier mit einem Tagesgeldkonto an. Das hat ja mal mit einem Trading oder mit Tradinggeschäften, Aktienmarkt, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Weiß ich nicht, wie die auf Tagesgeldkonto gekommen sind. Naja, aber ein Tagesgeldkonto sollten die meisten Menschen auf jeden Fall kennen, egal wie helle sie sind. Zumindest hat man das Wort schon mal gehört und das hört sich auch erstmal ganz normal und vertrauenserweckend an. Aber tja, was die denn daraus machen, das ist dann eher weniger vertrauenserweckend. Welche Bank benutzen Sie? Ich habe die Hypo Vereinsbank. Von der Einfach? Ne, Hypo Vereinsbank. Aber vielleicht machen Sie da mal die Musik aus, dann kann man sich auch besser verstehen, denke ich mal. Wir anbieten ein Konto mit größeren Prozent als Bank, verstehen Sie? Ja, aber ich dachte, das ist ein Tagesgeldkonto. Dann ist doch das bei einer Bank oder nicht? Genau, nein, das ist nicht wie eine Bank, das ist ein Konto, mit dem können Sie täglichen Profit erhalten. Aha, okay. Können Sie ein bisschen über Sie erzählen, wo arbeiten Sie? Wie kommen Sie denn jetzt auf die Frage? Also ich weiß ja noch nicht mal, wer Sie so richtig sind und was Sie von mir möchten. Hä? Okay. Ich bin Andreas, von Fömermeters rede. Unter Nachname? Bochmann. Bochmann. Genau. Also B-O-C-H-E-N. Nee. Beerta, Otto, Cäsar, Heinrich, Martha, Anton, Nordpol, Nordpol. Ja, genau. So habe ich das gemeint. Ja, und weiter? Ja, weil es geht um Ihre Anmeldung. An ein Tagesgeldkonto. An ein Tagesgeldkonto. Okay, ja, dann machen wir das. Genau. Und wenn Sie nichts gegen haben, können Sie ein bisschen über sich erzählen? Ja, aber verstehe ich jetzt nicht den Grund dahinter. Warum soll ich jetzt von mir erzählen, wenn es um mein Tagesgeldkonto geht? Ja, es wäre schön, wenn Sie ein bisschen über sich erzählen können. Ja, es geht um ein Tagesgeldkonto. Sie haben eine Anmeldung gemacht. Und haben Sie schon früher eine Erfahrung darüber? Ja, bei welcher Bank habe ich mich dann angemeldet? Das ist nicht eine Bank. Das ist nur ein Konto, mit dem erhalten Sie tägliche Profit. Aber mit großen Profit als Bank. Hat man denn nicht ein Konto eigentlich bei einer Bank? Nein, es ist kein Konto bei Bank. Es ist ein Konto bei einer Plattform. Bei einer Plattform? Ja, bei einer Plattform, bei unserer Firma. Okay. Gibt es das auch unter ID oder gibt es nur Platz? Können Sie wiederholen Ihre Frage bitte? Nee, schon gut. Machen Sie mal weiter da. Ja, es gibt bei Ihnen, es gibt eine Möglichkeit, Ihnen bei uns ein Konto öffnen. Mit dem werden Sie ein tägliches Ertrag erhalten, bis zu 50% von der Summe per Monat. Also 50% Gewinn im Monat. Ja, genau. Und wie geht das? Sie öffnen bei uns ein Konto. Wir machen den für Sie. Und Sie können auf dem Konto das Geld benutzen, wie Sie möchten. Aber auch werden wir Ihnen ein passives Einkommen bringen. Diese tolle Firma garantiert mir also 50% Gewinne. Super. Also noch seriöser geht es glaube ich nicht. Ich meine 50% Gewinn. Und das garantiert man mir hier. Auf dem hoch spekulativen Börsen-Aktienmarkt. Logisch. Also ich weiß nicht, wie die auf sowas kommen. Und ich weiß auch nicht, wer sowas glauben soll. Wir arbeiten hier mit hoch spekulativen Geschäft. Und der will mir wirklich 50% Gewinne versprechen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie die auf sowas kommen. Also doch eine Bank. Nein, das ist eine Bank, weil das ist ein Konto bei einer Plattform mit täglichem Profit bei unseren Firma. Das ist ein bisschen anders. Weil wenn Sie fragen, ob es ein Konto bei der Bank ist. Nein, das ist keine Bank. Das ist ein Konto, zu dem werden Sie den Zugang haben und die Geld, das Sie benutzen können. Aber wir werden für Sie dann Geld auf dem Konto verdienen. Aha. Und wo kommt das Geld her? Aus dem Finanzmarkt. Aha. Es bedeutet, dass unsere Firma handelt auf dem Finanzmarkt und das Geld, das Sie auf Ihrem Konto öffnen. Wir hinzufügen die Summe von Ihrem Konto zu den Deals. So können Sie auch einen Prozent von Gewinn von unserer Firma erhalten. Ich dachte 50%. Ja, es geht um 50%, wie ich gesagt habe. Aber ich habe Ihnen ein bisschen erzählt, wie das genau funktioniert. Aber ja, es geht um 50%. Ja, okay. Und nun? Ja, ich hörte Sie. Verstehen Sie ein bisschen, wie das mehr funktioniert? Nein, aber ich ist so laut. Ich verstehe eigentlich kaum was. Weil das ist ein Krach im Hintergrund. Und können wir den irgendwie abstellen? Nein, das ist unsere Atmosphäre. Weil ich will immer erfahren, wie viele unsere Künder verdienen. Verstehen Sie? Also der meint, das ist deren Atmosphäre. Tja, wenn er der Meinung ist, dass das eine gute Atmosphäre ist, um irgendwelche Finanzgeschäfte zu machen. Ich weiß es nicht. Also das haben die Betrüger alle irgendwie gleich. Ihr wisst ja Bescheid. Läuft da Musik am Telefon? Dann ist das 100% ein Betrüger-Callcenter, was euch da irgendwie anruft. Denn ein seriöses Unternehmen würde den Mitarbeitern auf jeden Fall verbieten, Musik am Telefon zu hören. Das hat auch schon lizenzrechtliche Probleme. Denn letztendlich, ihr hört Musik von jemand Fremden. Das ist eine fremde Beschallung. Und das muss in Deutschland angemeldet werden. Selbst Warteschleifenmusik muss zum Teil angemeldet werden in Deutschland. Und ja, lizenziert werden und bezahlt werden. Und dann einfach Musik im Hintergrund laufen zu lassen, die ja in den meisten Fällen auch nicht gamerfrei ist. Oder zumindest lizenzfrei. Ja. Also gibt's nicht in Deutschland. Auf gar keinen Fall. Keine seriöse Firma hat Musik im Hintergrund. Und eine Party, weil jemand irgendwas eingezahlt hat, wird da auch nicht gefeiert. Oder stellt euch mal eure Banktante vor, ihr geht da aus ihrem Büro raus und die lässt die Sektkorken knallen, weil ihr gerade eine Versicherung abgeschlossen habt. Bescheuert. Ja, aber ohne Musik, dann würde ich mehr verstehen. Weil das ist sehr, sehr laut im Hintergrund. Nein, ich kann für Sie probieren, ein bisschen lauter zu sprechen, wenn es Ihnen leichter wird. Ich würde es besser finden, wenn wir die Musik ausmachen. Es gibt leider keine Möglichkeit, die Musik auszumachen. Das ist eine Regel von unserer Firma. Verstehen Sie? Was ist denn das für eine bescheuerte Regel? Na, es ist so. Leider, irgendwelche Regeln kann man nicht wechseln. Naja, doch. Also Musik am Telefon ist ja irgendwie komisch. Also vor allem, wenn es um Geld geht, dann finde ich, das ist schon absolut unpassend mit Musik im Hintergrund. Äh, nein. Das ganze Finanzmarkt arbeitet so. Äh, haben Sie früher keine Erfahrung am Finanzmarkt? Nee, eigentlich arbeiten nur so Betrugsfirmen. Also die Leute, die abzocken, die arbeiten mit Musik im Hintergrund, damit die gute Laune bei ihrem scheiß Job behalten. Aber ich dachte, das geht jetzt hier um seriöse Geschäfte. Und seriös ist das mit Musik auf jeden Fall nicht. Also so eine halbe Diskothek da im Hintergrund finde ich irgendwie nicht geil. Warum denken Sie, dass ich einen Betrug habe? Wie können Sie das direkt antworten? Ja, habe ich doch erklärt, jetzt lang und breit und ausgedehnt. Das mit der Musik da im Hintergrund, das ist irgendwie nicht gerade besonders vertrauensverweckend. Und dann möchten Sie sagen, dass zum Beispiel, wenn jemand von Leuten die Musik hört, ist das schon ein Betrug, oder? Na ja, auf dem Finanzmarkt, finde ich, gehört keine Musik hin. Und da ist auch normalerweise keine Musik hin, wenn eine seriöse Firma anruft. Also ich weiß ja nicht, wo sie herkommen, aber das gehört sich so nicht mit Musik. Und wenn wir hier weitersprechen wollen, dann müssen wir das rote Knöpfchen drücken, dass die Musik abgeschaltet ist. Na, leider kann ich die Musik nicht so ausgeschalten. Und wenn für Sie das so wichtig ist, dann können wir leider das Gespräch nicht weiterführen, wenn es geht um die Musik. Ja, also so wie jeder andere Betrugswimmer, genau. Ich kann auch sagen, dass Sie ein Betruger sind, weil Sie denken, dass die Musik sind. Nee, das sind Sie nicht, weil ich rede mit Ihnen anständig. Aber bei Ihnen läuft da Musik, das ist nicht anständig. Das ist auch nicht nur nicht anständig, sondern auch nicht höflich. Das ist doch normal, weil die Musik nicht verbossen ist. Das ist, naja, also die Musik gehört auf jeden Fall nicht in ein Callcenter. Auf gar keinen Fall. Also weiß ich nicht, was das soll. Auf jeden Fall ist das absolut unseriös mit der Musik im Hintergrund. Und weiß ich nicht. Also wenn Sie Party machen wollen, dann gehen Sie irgendwo einsaufen, aber nicht am Telefon. Da gehört keine Musik hin. Vor allem, wenn man sie vernünftig verstehen will, dann geht es nicht mit Musik. Nein, ich habe sehr viel... Ja, also jetzt für dich halte ich ja auch noch lauter. Jetzt mach erstmal da den Kack aus. Ich habe noch nie gehört, irgendwelche Präsentationen über die Musik, weil wir haben schon Telefon. Ja, dann gib mir mal deinen Vorgesetzten da. Na, werde ich nicht. Nein, ich kann es machen, aber wenn Sie irgendwas über die Musik machen, dann was kann ich machen. Wenn Sie mit mir nicht sprechen möchten, dann werde ich dann... Nein, du kannst mir doch einfach mal einen Vorgesetzten geben, dann rede ich mit dem Materialist. Weil was voll ist da mit der Musik? Das ist doch Quatsch. Das macht man doch nicht. Ich denke, wenn Sie nicht sprechen wollen, dann möchten wir auch nicht sprechen. Naja, ich denke mal, es wird ja wohl möglich sein, einen Vorgesetzten an Telefon zu bekommen oder nicht. Okay, danke für den Gespräch. Betrüger, Abzocker. Tja, so sieht es denn eben aus, wenn ihr von einem Betrüger angerufen werdet, der lieber seine Musik hört, als die auszuschalten und, naja, erhält es auch noch für eine Regelung, die so sein müsste. Ganz bestimmt. Sicher. Ich denke mal, wir wissen ganz genau, was das für ein Anruf war und da kann er sich auch nicht rausreden. Tja, aber bei dem Wort Betrüger, da triggert man die Leute auch immer irgendwie gleich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die sich nicht angesprochen fühlen, aber die Leute sind nichts anderes als Betrüger und das ist das Dramatische an der Geschichte. Die bescheißen euch um euer Geld und die hören lieber Musik dabei. Tja, ist die Partystimmung größer, ne? Naja, machen wir mal weiter mit der nächsten Tante am Telefon. Die ist auf jeden Fall kein Deut besser als den ersten Typen, den wir hier in diesem Video hatten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Anruf. Tja, bitte. Ja, guten Tag. Sprechen wir Kontobetreuer in deiner Wagner. Es geht um Onlinehandel, ja? Okay, ja. Jetzt sehe ich, dass Sie haben sich eingemeldet im Onlinehandel. Ich kann Ihnen helfen, ihr Konto zu aktivieren. Okay? Ja, dann kann ich. Okay, sagen Sie mich bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das das Fall für Sie? Nö, also bis jetzt, äh, nö. Ist das falsch? Ja. Okay, können Sie bitte etwas lauter sprechen, wenn ich bitte? Ja, also Befa. Danke, Herr Sabin. Okay, jetzt, äh, sagen Sie mir bitte, möchten Sie aktivieren Ihr Konto von Ihrer Seite oder kann ich das machen selber? Ja, dann, äh, machen Sie mal. Okay. Äh, welche Methode benutzen Sie? Das ist, also ich meine, Mastercard haben Sie oder Visa-Card? Haben Sie Kredite mit Karten überhaupt, oder? Ja, ja, eine Kreditkarte besitze ich. Na klar, natürlich. Haben Sie keine? Haben Sie Master oder Visa? Ich habe eine Dong Suang. Bitte? Eine Dong Suang. Was ist das? Ja, das ist, äh, so eine Karte von einem Kollegen hier. Ja, ja, ja. Hm? Welche, Master oder Visa? Das habe ich beide. Beide? Okay. Wenn ich bitte, äh, können Sie mir bitte sagen, mit welchem Betrag möchten Sie machen Ihren Handel? Mit 500 oder mit 1000? Hm, weiß ich nicht, was wäre denn da jetzt sinnvoll? Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal eine Firma, die scheinbar den Hals nicht vollkriegt. Denn 250 Euro scheinen hier nicht auszureichen. Hier soll man gleich mit 500 oder mit 1000 Euro einsteigen. Tja, so ist man natürlich gleich viel mehr Geld los. Das ist allerdings auch ein kleiner Indiz dafür, dass diese Firma hier höchstwahrscheinlich nur einmal anrufen wird, um die Leute, ja, beim Erstkontakt abzugrasen, aber da keine wirkliche Struktur mehr weiter hinter steckt. Denn warum sollte man den Kunden gleichnackig machen, wenn man das Spielchen sonst hinterher erst durchzieht? Ich weiß es nicht, aber könnte hier in dem Fall so sein. Letztendlich müsst ihr euch da immer eure eigene Meinung bilden, was wir hier für eine Telefonfirma am anderen Ende haben. Tja, die kann ich euch nicht in den Mund legen, aber ich denke mal, das kommt hier schon ganz gut zur Geltung, dass man sich da eine eigene Meinung bilden kann, was wir hier wieder für eine tolle Tante am Telefon haben. Also, wenn Sie machen das mit 400, dann geben wir ein 200-Dollar-Bonus-Geld. Wenn Sie machen das mit 1000, geben wir einem 400-Dollar-Bonus-Geld. Mit 1000 können Sie sagen, großen Profit bekommen, jede Woche, 50%. Okay. Ja, mit welchem Betrag dann möchten Sie das machen? Weiß nicht, was sind die sichersten? Haben Sie 1000 in Ihrer Karte? Na, auf einer Kreditkarte kann man ja kein Geld haben. Eine Kreditkarte ist ja Kredit. Kredit heißt ja schon Ausleihen. Also haben Sie kein Geld in Ihrer Kreditkarte? Na, wer hat denn Geld auf seiner Kreditkarte? Sowas geht doch gar nicht. Also dieser Blödsinn ist mir tatsächlich jetzt schon so oft aufgefallen. Die Betrüger fragen einen, ob man Geld auf seiner Kreditkarte hat. Auf einer Kreditkarte kann man kein Geld haben. Eine Kreditkarte ist immer ein Minuskonto. Also ein Konto, wenn man damit anfängt, steht das auf Null. Da kann man kein Geld aufladen. Also man kann da nicht ins Plus gehen. Man kann damit einkaufen, dann geht man in das Minus. Und für die Minuszinsen gibt man der Bankgeld. So rum. Ja, und das war's. Also mehr ist eine Kreditkarte nicht. Eine Kreditkarte bedeutet immer, ihr leiht euch Geld und habt kein eigenes. Beziehungsweise nutzt ihr das für diesen Einkauf nicht. Ja, und dann kann man auswählen bei den Kreditkarten, das ist auch bei allen Kreditkarten gleich, ja in welchen Intervallen man das zurückzahlen möchte. Wie viel Prozent von dem, ja, von dem geborgten Betrag man monatlich abzahlen möchte. Oder ob man die Transaktion sofort auf sein Privatkonto weiterleiten möchte und alles abbuchen möchte. Das kann man sich da aussuchen. Ja, aber man kann auf eine Kreditkarte definitiv kein Geld aufladen. Das ist ja keine Prepaid-Karte, wo ich erst Geld auflade und dann das Geld benutze. Tja, irgendwie weiß ich nicht, dass die Betrüger davon keine Ahnung haben. Wahrscheinlich, weil sie alle einfach selber gar keine Kreditkarte besitzen, da wo die auch herkommen. Ich meine, meistens kommen solche Abzocker ja aus ärmeren Ländern. Tja, da kann es schon sein, dass die sich dann mit Kreditkarten und so überhaupt gar nicht auskennen, wie sowas überhaupt funktioniert. Kredit heißt doch Minus. Das heißt es doch. Nein, Kreditdebit meine ich. Kreditkarte, das ist meine Mastervisa. Ja, das ist eine Kreditkarte und auf Kreditkarten hat man kein Geld drauf. Auf Kreditkarten leiht man sich Geld. Tja, wo haben Sie Geld? Vielleicht in Ihrem Paypal oder in einem anderen Konto? Der Paypal funktioniert ja ähnlich. Da kann man zwar Geld drauf haben, muss aber auch nicht sein. Haben Sie Paypal? Ja. Und Sie? Haben Sie Geld drauf? Nee, bei Paypal habe ich ja auch kein Geld aufgeladen, nee. Sie bitten oder sind Sie sehr für uns jetzt? Also bei ihr ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich meine, ich zweifle ja immer an der Intelligenz der Betrüger. Aber die ist ja wirklich komplett gnadenlos dämlich. Denn auch bei Paypal hat man kein Geld drauf. Man kann bei Paypal im Vergleich zu einem normalen Kreditkonto Geld aufladen, was ja bei einer normalen Kreditkarte nicht funktioniert. Bei einem Paypal-Konto, das kann ich auch wie ein Prepaid-Konto benutzen. Und da kann ich sogar selber aussuchen, ob Paypal funktioniert, wenn kein Geld drauf ist. Das kann man sogar sperren. Dass man Paypal wie ein Prepaid-Konto eben benutzt, Geld auflädt und dann kann man Geld ausgeben. Eignet sich zum Beispiel für Kinder, diese Einstellung. Also man muss voll geschäftsfähig sein, aber so könnte man vielleicht so ein Paypal-Konto weitergeben an die Kinder. Und ja, quasi das Taschengeld da drauf überweisen. Wir werden ja immer bargeldloser. Und dann hätte man da die Möglichkeit, dass man Geld auflädt und man nur das nutzen kann, was auch drauf ist. Und nicht mehr ausgeben. Also man kann nicht unter Null gehen. Das funktioniert bei Paypal. Paypal geht aber auch, wenn man das so lässt, wie es ist, dass ich mir erst Geld von Paypal leihe. Und das sogar kostenlos. Und dann wird das Geld einfach in der Höhe, wie ich gerade bezahlt habe, sofort von meinem Konto abgebucht. Gibt sogar die Möglichkeit, 14 Tage später abbuchen zu lassen. Ja, und so haben wir da auch eine Art Kreditgeschichte. Aber die ist wirklich so dämlich, die denkt, auf einer Kreditkarte muss man Geld haben. Und eine Kreditkarte ist nicht das gleiche wie eine ganz normale Bankkarte, wo man Geld drauf hat. Also ergibt das alles überhaupt gar keinen Sinn. Und dann fragt sie mich noch, ob ich anfange zu sitzen. Also eigentlich war ich der Einzige, der jetzt hier in diesem ganzen Gespräch irgendwas an Intelligentes reingebracht hat. Denn alles, was sie sagt, ist ja komplett gnadenlos falsch. Also es ist ja falscher als falsch. Mal davon abgesehen, dass ich hier einen betrügen will, die hat ja nicht mal Ahnung, wie ein normales Bankkonto funktioniert. Hä? Wissen Sie jetzt mit mir? Nö, ich beantworte das, was Sie falsch sagen. Okay, haben Sie Online-Banking? Hm. Okay, haben Sie Geld in Ihrem Konto? Ja. Können wir machen, vielleicht manche Überweisung, ja? Nöchten Sie? Sowas würde auch gehen, ja. Dann mit welchem Betrag nöchten Sie machen? Mit 200 oder mit 1000? Äh, ja, weiß ich nicht. Geht doch weniger? Unser Minimalbetrag ist 430 Euro. Ach so, weil mehr als 250 wollte ich jetzt nicht ausgeben. Tja, gibt es auch, aber mit 250 Sie können nicht so viel Profit bekommen, das ist das Problem. Aha. Mit 250 kann ich also nicht so viel Profit bekommen wie mit 430, 500 oder 1000. Oh Mann. Also die übertreiben es hier wirklich. Die sind einfach nur scharf auf all Kohle und sind danach dann einfach weg. Und deswegen reichen 250 nicht und daher wollen die einfach gleich mehr haben und haben keine Lust auf Kleinbeträge. Für die sind 250 Euro Peanuts, ich weiß es nicht. 250 Euro sind eine ganze Menge Geld. Da leben Familien einen ganzen Monat von. Irgendwie zumindest. Und, ähm, tja, die wollen hier gleich noch mehr haben. Das ist schon ziemlich dreist, ne? So, ab wie viel kann man dann viel Profite bekommen? Mit 500 und mit 1000 können Sie Profite bekommen, sicher. Mit 250, das sprechen nicht so. Kann sein, aber nicht so sicher. Ach so. Okay, dann sagen Sie mir bitte jetzt, welchen Betrag haben Sie entschieden zu machen, das? Ja, dann nehmen wir 750. 750? Hm, treffen wir uns in der Mitte. Äh, wenn Sie machen 750, kann ich empfehlen, machen mit 850 Euro, weil das ist mit Dollar, 1000 Dollar. Machen wir das? Ja, das hört sich gut an. Okay, haben Sie Online Banking? Hm. Haben Sie Computer jetzt dabei? Wie kann man einen Computer dabei haben? Haben Sie oder nicht? Dabei nicht, nee. Dabei nicht, okay. Dann habe ich ganz normal im Büro stehen. Okay, dann, äh, Sie haben gesagt, dass Sie haben kein Geld, ja, in Ihrer Karte? Wie? Doch, ich habe Geld. In Ihrer Masterkarte, Visa-Karte haben Sie kein Geld, richtig, oder haben Sie? Na, das sind ja Kreditkarten, da hat man kein Geld. Wer hat denn da Geld drauf? Geht doch gar nicht. Okay, äh, okay, dann, vielleicht haben Sie in Ihrem Konto diese 850 Euro, richtig? Mhm. Okay. Äh, welches Handy benutzen Sie, das ist Samsung oder iPhone? Ich habe mal iPhone. Haben Sie auch Samsung oder nur iPhone? Nö, nur iPhone. Nur iPhone, okay. Dann, wenn ich die Überweisungsinformationen, können Sie selber machen mit Ihrem Online-Banking diese Transaktion? Wie meinen Sie das? Also, haben Sie Online-Banking? Mhm. Okay. Also, was die Frage jetzt mit Samsung und iPhone irgendwie zu tun hat, weiß ich nicht. Und vor allem, dass sie mich jetzt hier das dritte Mal fragt, ob ich Online-Banking habe. Also, irgendwie muss die Frau wirklich einen absoluten Dachschaden haben. Also, irgendwas kann da nicht richtig funktionieren bei ihr. Wenn ich die Überweisungsinformationen, also unsere Bankadresse und so weiter, IBAN, können Sie selber machen Transaktion mit Ihrem Online-Banking? Wie? Können Sie oder nicht? Ja, wie meinen Sie das? Natürlich kann man das selber machen. Macht man ja auch selber. Wer sollte denn das sonst machen? Okay, kein Problem. Dann, sagen Sie mir bitte, können Sie jetzt auf den Weg Ihrer Mail, jetzt schicke ich diese Überweisungsinformationen. Die E-Mail-Adresse soll ich aufmachen? Ja. Ja. Ja, dann muss ich erstmal an den Computer gehen. Computer? Ja. Warum, Sie können das nicht mit Ihrem Handy das machen, oder? Ja, das ist mir das zu fummelig. Und wann können Sie das mit Ihrem Computer machen? Ja, jetzt. Dann mache ich den an. Okay, dann öffnen Sie bitte, Herr Computer. Den Computer öffnen. Haben Sie Computer jetzt, oder nicht? Ja, ich habe einen Computer, aber warum soll ich den öffnen? Können Sie Ihre Mail einfach öffnen, weil ich schicke jetzt Überweisungsinformationen. Ja, dann mache ich den Computer an. Ja. Okay, ich warte. Dann fahre ich den Computer jetzt hoch. Dann schalte ich den jetzt ein. Ja? Können Sie erst finden das, oder? Äh, ja, ich habe jetzt erstmal den Computer eingeschaltet. Okay. Haben Sie schon Ihre Mail geöffnet? Nee, erstmal habe ich ja den Computer eingeschaltet, habe ich doch gerade gesagt. Okay, dann schalten Sie bitte den Computer ein. Hm, der fällt jetzt erstmal hoch. Und öffnen Sie dann auch Ihre Mail? Hm, das kann ich dann machen, wenn er hochgefahren ist, der Computer. Habe Sie schon geöffnet, Ihre Mail? Nee, erstmal habe ich ja den Computer gerade angemacht, habe ich doch gerade gesagt. Okay, kein Problem, ich kann warten. Ja, das haben wir ja nicht. Und Sie drängeln ja ganz schön. Ja, und genau sowas versucht, euch am Telefon zu bescheißen oder um euer Geld zu betrügen. Die Frau, die in einer Minute fünfmal fragt, ob man jetzt die E-Mails öffnen kann. Und man die ganze Zeit sagt, ja, ich muss doch erstmal den Computer hochfahren. Tja, ich weiß nicht, wo sie herkommt. Aber die sind definitiv aus irgendeiner ganz anderen Welt, weil in unserer Welt fahren die Computers leider noch nicht so schnell hoch, dass sie sofort online sind und das E-Mail-Postfach gleich automatisch mit geöffnet ist und man die E-Mail sofort vor sich liegen hat. Eigentlich kann man nur froh sein, dass es genau solche Betrüger gibt und die meisten davon auch genau so sind, weil die wenigsten Betrüger sind einfach intelligent, muss man ja leider so sagen. Da kann man schon ganz froh sein, denn ich denke mal, dass solche Objekte hier definitiv weniger Menschen betrügen werden. Schon alleine, weil deren Kundenführung am Telefon völlig eine Katastrophe ist. Kein Mensch versteht, was die von einem wollen. Die erzählen lauter Blödsinn, wo sofort auffällt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Also wie Geld auf einem Kreditkonto drauf. Also die macht es sich ja selbst schwer. Gut für uns auf jeden Fall. Denn die betrügt garantiert eine ganze Menge weniger, als der ein oder andere andere Betrüger. So, jetzt habe ich den Computer erstmal an und jetzt starte ich erstmal Windows. Ja, jetzt bin ich in dem Windows und dann mache ich jetzt erstmal meine E-Mails auf. Ja, genau. Ja. Sie sollen haben Mail von Dana Wagner. Von Dana Wagner. Ja, genau. Wer ist das? Ich bin. Sie sind Dana Wagner. Ja, genau. Wie kommen Sie denn zu dem Namen? Ich bin, ich heiße Dana Wagner. Mein Name ist Dana, mein Nachnamen ist Wagner. Ja, und wie kommen Sie zu dem Namen? Bitte? Ich frage, wie Sie zu dem Namen kommen. Hallo? Den Namen? Ja. Zu dem Dana Wagner. Ja, wie kommen Sie denn da an den Namen ran? Das ist mein Name. Wie meinen Sie damit? Na ja, Sie sind ja offensichtlich nicht deutsch, aber der Name ist ja ein Deutscher. Ja, mein Vater, mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter nicht. Achso. So, ja, aber ich habe jetzt hier von Dana noch nichts bekommen. Haben Sie? Nee. Habt ihr aktualisiert Ihren visibitäre Mail? Ja, habe ich aktualisiert. Das habe ich ja gerade angemacht. Das ist ja aktuell hier. Haben Sie keine bekommen? Nee. Haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? WhatsApp? Ja. Auf der Festnetznummer hier. Nein, äh, haben Sie überhaupt WhatsApp? Nö. Brauche ich das? Ah, jetzt habe ich ja was von Dana bekommen, ja. Ja, und auch an dieser Stelle hier nochmal der eindringliche Hinweis, Finger weg von WhatsApp bei Bankgeschäften. Also auf gar keinen Fall gebt ihr die WhatsApp-Nummer von euch raus, dass die Leute und solche Wesen sich bei euch in WhatsApp melden. Denn im schlimmsten Fall habt ihr die in der ganzen Kontaktliste sitzen und die klappern alle eure Freunde ab. Und Bekannte und Verwandte und was es da noch für alles gibt. Ähm, tja, also ich glaube nicht, dass man die auf sein privates Handy lassen möchte, geschweige denn auf dem Computer. Ja. Ja, genau, aha. Offen Sie bitte das, dass Sie es überweisen, die Informationen. Hm. Und, äh. Können Sie jetzt machen mit Ihrem Online-Banking? Hast du es hier in Ihnen, oder? Ja, auf welche, für welche Webseite ist denn das überhaupt? Das ist Coins Banking, ja. Unsere Webseite heißt Coins Banking. Mhm. Einfacher, Sie sollen diese Informationen geben, äh, dort ein, ja? Ja. Und wenn Sie haben das gemacht, also mit, wie viel Geld möchten Sie das machen mit? Also die Seite heißt wie? Buchstabieren Sie mir das mal. Coins, Coins Banking. Na Mensch, da hat sie das deutsche Buchstabieralphabet, dem Anschein nach, ja sogar auswendig gelernt, oder? Sie hat es halt einfach abgelesen. Geht das auch in einer Geschwindigkeit, dass ich das mittippen kann? Ähm, also möchten Sie machen diese Transaktion oder nicht? Ja, ich würde ja erst mal gerne wissen, für wen? Ja, für Coins Banking. Sie haben sich eingemeldet in Coins Banking. Deshalb, ich rufe Sie jetzt an, ja? Und wenn Sie machen diese Transaktion, bitte schicken Sie mir ein Foto, Herr May. Warum? Ein Skrill, das können Sie machen, weil ich muss sicher sein, dass Sie haben schon das gemacht, deshalb. Ich kann nicht sagen, also Sie haben das gemacht oder nicht. Das ist ein Problem. Mhm. Ich denke, das ist logisch. Ne, so logisch ist das erst mal noch nicht, weil ich weiß ja gar nicht, auf welcher Seite. Ich bin ja da jetzt noch nicht, keine Ahnung. Coins Banking.com Ja. Ich kann sogar unsere Links schicken Ihnen. Ja, dann machen Sie mal. Können Sie machen diese Transaktion heute, oder? Weiß ich noch nicht. Ist ja schon spät heute, ne? Ja, die ist auf jeden Fall ungeduldig und hat irgendwie scheinbar keine Zeit und drängelt die ganze Zeit und will unbedingt die Kohle haben. Das merkt man hier in dem Gespräch auf jeden Fall ganz deutlich heraus. Tja, ich weiß nicht, wie man so an das Geld kommt, indem man die Kunden mehr oder weniger dazu schon nötigt, am Telefon sofort das Geld zu überweisen und keine Zeit verstreichen zu lassen. Weiß ich nicht, ob die es gerade irgendwie nötig haben und dringend irgendwelche Rechnungen bezahlen müssen, weil das Callcenter schon eine ganze Weile nicht mehr anständig läuft. So klingt das Ganze hier auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Also lasst euch auf jeden Fall in keinem Fall so unter Druck setzen wie von der hier, denn es kristallisiert sich ja immer mehr heraus, dass es nur ums Geld geht. Und die werden sich garantiert auch gar nicht noch ein zweites Mal melden. Die wollen einfach nur die Kohle haben, deswegen am besten 500 oder 1000 gleich beim ersten Mal und dann sind sie weg. Die melden sich nie wieder bei euch. Zurückrufen könnt ihr die Telefonnummer sowieso nicht. Und sie hat ja nicht mal Interesse daran, mir ihr Unternehmen irgendwie vernünftig vorzustellen. Es geht ja einzig und allein nur darum, dass ich einzahlen soll, aber ich darf bloß nicht nachfragen, wo ich das Geld einzahlen soll und wofür genau. Denn jede Nachfrage sprengt irgendwie ihr Skript und sie kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Warum später? Haben Sie keine Zeit, oder? Doch. Ich habe geschickt unserer Link. Ja. Sind Sie da eigentlich mit so einem Job zufrieden? Natürlich. Und haben Sie Familie? Natürlich. Was sagen die dazu, dass Sie so einen Job machen? Also, Herr Gerroth, werden Sie machen diese Transaktion, oder nicht? Ja, ja, aber dazu müssten wir uns ja erstmal unterhalten, oder nicht? Natürlich können wir. Naja. Aber es ist sicher, dass die Versenhasen machen diese Transaktion. Das ist okay. Ja, aber Sie... Das können Sie gerne. Gar nicht machen. Ja. Naja, und was sagt die Familie zu dem Job? Sie sind auch zufrieden. Meine Mitglieder. Familie-Mitglieder. Ja, aber wissen die, was Sie da machen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Was meinen Sie damit? Ja, naja, Menschen betrügen und abzocken, das ist schon eigentlich armselig. Das heißt, Sie werden nicht machen, ja? Das habe ich so jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Sie da auf jeden Fall keinen seriösen Job machen. Weil Sie beleidigen jetzt nicht. Nö. Also, wenn Sie das als Beleidigung sehen, dann weiß ich ja nicht, warum Sie sich so einen Job ausgesucht haben. Okay, ich kann warten. Sie machen das. Sie können mir ein Foto von dieser Transaktion schicken. Nee. Ich schicke keine Bilder einfach so rum. Sie schicken keine? Nee. Warum? Sie haben gesagt, dass Sie können das machen. Ja, wir können schon. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich das mache. Machen Sie jetzt oder etwas später können Sie das machen? Ja, na, ich würde ja gerne erst mal darüber mehr erfahren, was Ihre Familie davon hält, dass Sie Menschen abzocken. Herr Gerold, werden Sie machen diese Transaktion oder nicht? Kurz antworten, bitte. Warum werden Sie da jetzt so gnatzig gleich? Nur weil ich Sie mal was frage. Okay, dann, äh, ich lege jetzt auf. Wenn Sie machen, Sie können mir bitte ein Foto, okay? Finden Sie das in Ordnung, dass Sie Menschen betrügen? Okay, wieder hören. Betrüger. Tschüss. Abzocker. Sie sind Betrüger. Sie sind und Ihre Familie. Ja, Sie sind ja die Betrügerin. Und die Abschöpferin. Ihre Freunde, Ihre Familie und alle, ja? Ja. Tschüss. Mensch, schön, dass Sie das bestätigen, dass Sie Betrüger sind. Ja. Tschüss. Sie sind Betrüger. Sie sind professionelle Betrüger. Ich gratuliere Ihnen. Nee, Sie sind ja der Betrüger. Ich finde es nicht in Ordnung, was Sie da für einen Job machen. Ja, und dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Tja, also weiß ich nicht, was man da zu großartig sagen soll. Ja, ich meine, dann soll sie mich halt Betrüger nennen. In gewisser Weise hat sie ja auch damit tatsächlich sogar recht. Denn letztendlich betrüge ich die Betrüger-Callcenter. Tja, weiß ich nicht, was jetzt schlimmer ist. Scambaiting oder Scammer? Keine Ahnung. Da können Sie ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was da schlimmer ist. Naja, auf jeden Fall hatte sie es wirklich unfassbar eiligt, das Geld irgendwie zu bekommen. Aber Fragen beantworten? Auf gar keinen Fall. Also bloß keine Fragen beantworten und bloß keine Informationen rausgeben. Und sinnvoll auf irgendwas zu antworten? Das konnte die auch nicht. Also vermutlich konnte sie einfach nur wieder, wie die meisten, gar kein Deutsch. Und hat einfach nur ihr blödes Skript da irgendwie runtergelesen. Ja, und immer wieder die wichtigen Parts von dem Skript irgendwie wiederholt, ob man jetzt da endlich sein Geld einzahlt. Tja, und ich denke mal, ich habe ihr nun mehr als deutlich signalisiert, dass ich von mir keine Kohle erwarten brauche. Hat die ganze Zeit aber immer wieder noch nachgefragt, ob ich nun doch noch was einzahle. Da fragt man sich wirklich, wo klemmt es bei den Menschen eigentlich, dass die da trotzdem weiterfragen, obwohl man schon ganz klipp und klar gesagt hat, was man von diesem Laden da hält. Tja, keine Ahnung. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Schützt euch und eure Familie, eure Verwandten, Bekannten, alle, die ihr kennt, eure Arbeitskollegen. Erzählt davon, was es so für Betrug am Telefon gibt. Ich meine, mit solchen Leuten hier ist der Betrug ziemlich schwierig umzusetzen. Und die werden sicherlich wenig Erfolg damit haben. Und es klingt ja hier auch so, als würde dieses Goldcenter ziemlich schlecht laufen. Tja, ich meine, ein Vorteil war hier die Tonqualität. Sie war mal zu verstehen, mal abgesehen von ihrem Kakerlaken-Deutsch. Im Hintergrund war es wenigstens nicht laut. Entweder gab es bei ihr vielleicht sogar schon so was Modernes wie Homeoffice oder eigene Büros oder vernünftige Mikrofone. Ich weiß es ja nicht. Naja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und wenn ihr darüber informiert werden möchtet, dass ein neues Video online kommt. Dann klickt gerne auf die Glocke, denn dann gibt es immer eine kleinere Nachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.